Alfa, James, Alfa auf jeden Fall live und akustische Version, ja, jetzt hören wir mal rein Wow, geil Gitarre Yeah Yeah, ich lerne ja gerade Gitarre Okay Geile Stimme, Leute Leute, wirklich Ich sag's euch Also, sie hat auf jeden Fall eine geile Stimme Er passt aber auch Also, ich hör das schon raus Ja, ist meine Meinung Schreibt gerne unten in die Kommentare Wie ihr den Song findet Und, ja, ich feier's auf jeden Fall schon mal Uh, also, sie hat's auf jeden Fall drauf Ähm, ich feier den Song jetzt schon Und, ja, ähm Schreibt mir mal gerne unten rein Was ihr zu der Sängerin Meint, ja, wie ihr die findet Also, ich find sie auf jeden Fall krass Sie ist bestimmt ein Superstar, denke ich mal In Russland Okay, jetzt ist es so eine Mischung aus Ja, er singt eigentlich Aber es hört sich auch ein bisschen so leicht nach Rappen an Ist cool Und feier ich auf jeden Fall auch Mal schauen, was von ihm noch so kommt Ja, das ist ja Rap Also, es geht um irgendeine Krise Hab ich so ein bisschen das Gefühl Also, irgendwie Stimmung ist ja schon traurig Auch wieder Moll Vermut ich Und, ja, schreibt mir gerne unten rein Um was es geht Ähm Es hört sich für mich auch wieder so nach So persönlichen Themen So Verarbeitung Ich weiß nicht So Pärchen Krise Äh Irgend so was Persönliches Privates Hab ich jetzt so im Gefühl Oh, jetzt bin ich gespannt auf die Hook Jetzt kommt wieder die Sängerin Daria Janina Ist geil Das wechselt sich auch sehr gut ab Also, wirklich Wenn sie hier Und Ja, kriege ich jetzt nicht hin Aber jedenfalls Der Kollege Hier dann noch so Wenn die Parts sich abwechseln Sehr cool Ja, ist geil Also, die Melodie gefällt mir auf jeden Fall So die Gesangslinie, die sie singt Und, äh, feiere ich Feier, feier, feier Er sagt's auch schon Ist auf jeden Fall Feier, Leute Schreibt unten rein, wie ihr es findet Also, mich berührt's auf jeden Fall Ist meine ehrliche Meinung Ja, und, ähm Genau, wünsche euch auf jeden Fall auch einen Song Schreibt den unten rein In die Kommentare Geil auch Die wirklich Gitarre ist sehr gut Die Melodien gefallen mir Sehr coole Akustik-Gitarre Geil auch Ja, und, ähm Ja, und, ähm Ja, und, ähm Okay, und jetzt geht's, glaube ich Wieder in den Ja, in die Hook auf jeden Fall Und, ja Coole, einfache Akustik-Gitarre Die begleitet Und, ja Coole Stimmung Fire, 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 fire Jetzt kommt so Jetzt kommt so Jetzt kommt der emotionale Ausbruch Vermute ich Vermute ich Jetzt kommt Fire, fire Jetzt müsste normalerweise In einem guten Arrangement Oder abwechslungsreichen Arrangement Nochmal gesteigert werden Explosion Jetzt mal schauen Geil, geil, geil Leute Geht ihr wirklich geil Den Akkord noch auslegen Richtig geil Richtig geil, Leute War richtig nice Und, ja Kriegt auf jeden Fall Daumen nach oben Kanal abonnieren Gebt dem Video Auf jeden Fall Auch einen Daumen nach oben Abonniert meinen Kanal Das war's von mir heute Und, ja Wünsche euch einen geilen Tag Wir sehen uns im nächsten Video Euer James Alpha Auf jeden Fall Untertitelung des ZDF, 2020